Sprich, wann möchte ich mal meinen Sport machen? Wann möchte ich welche Art von Sport machen? Oder wann nehme ich mir vielleicht Zeit nur zum Lesen? Weil das natürlich dementsprechend auch die Arbeitszeit etwas, wie soll ich sagen, sowohl effektiver als auch effizienter macht, weil ich ja genau weiß, ich habe bis zu dem und dem Zeitpunkt meinen Rahmen, wo ich die und die Punkte vielleicht durcharbeiten muss und danach möchte ich oder muss ich sozusagen, weil es im Kalender steht, zu meinem nächsten Programmpunkt gehen. Und das finde ich eigentlich, wie gesagt, aus ganz vielen Aspekten sehr interessant, weil da irgendwie diese Gewohnheiten reinspielen, da spielt das klassische Selbstmanagement hinein, da spielt auch irgendwie diese Mindfulness ein bisschen hinein, dass ich sehr wohl mir überlege, wann ich was mache und wie wir schon oft erwähnt haben, ja, also ich sitze ja nicht beim Mittagessen und mache währenddessen zwei Mails und versuche noch auf Slack irgendwie zu kommunizieren und schaue noch einen Film oder so, also dass man da tatsächlich sich auf diese eine Sache fokussiert. Und was finde ich da so der abschließende Punkt des Ganzen ist, dass dieses ganze Deep Work Konzept von Cal Newport da finde ich einen sehr großen Teil davon hat, weil man das ja auch idealerweise mit seinem Kalender gemeinsam sozusagen plant. Und das Schöne an dem ist, dass das ja nicht eine unendlich lange Zeit ist, weil das einfach kognitiv auch nicht machbar ist. Und das finde ich eigentlich sehr schön in der Sache, weil ich weiß, dass ich dann zwei Stunden mir nehmen kann, weil ich high level kognitiv irgendwas arbeiten kann und habe das dann quasi abgecheckt und kann zu meinem nächsten Punkt, der vielleicht lockereres Arbeiten ist. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, um darauf aufzubauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.